Leer, da stehen! So sieht's aus, man! Keine Tanks an nämlich Tifa, man! Warum Tifa ist so geil, ey! Was das eigentlich für ein Teil ist, wo der mitten im Raum hängt? Das ist ja das, wo auf der Wissenschaft daraus gefallen ist! Wir sind in der Raum-Sonde. Oder irgendwas. Wir sind in der Kaffee, ja. Wir sind in der Menge enormen Waffen. Nicht alles in Flecht. Eine Raum-Kamseln. Weniger interessant als in der Kaffee-Kamseln. Sie haben den Sentry, Mercy und den Rocketjumper. Oh. Deskortieren Sie die Part zu Ihrem Ziel. Die Kaffee-Kamseln. Hau da! Nein, der Schätze analysiert. Ach, der Schätze analysiert. Die Kaffee-Kamseln! Die Kaffee-Kamseln! Die Kaffee-Kamseln! Ey, und das ist seit zwei Sekunden Spur! Die Kaffee-Kamseln! Sorry! Ja, du hast schon recht, McCree. Schon mal recht. Ja, läuft und hab bei mir die Tülle. Keiner mag dich, McCree. Finde ich einfach. Finde ich jetzt gesichtet. Da! Vielleicht reinhauen. Mir stirbt's keine weg! Ist der fucking McCree tot? Ja, ne. Vielleicht nicht. Ja, jetzt ist er tot. Schneim! Volle Energie! Ja, gut, Mann. Mercy ist auch im Arsch. Reinhard, die Gwohre! Reinhard, da oben noch. Guck mal draußen nach. Ja! Reinhard, die Gwohre! Sicher. Wollt dich, zerstört! Na, habt doch schön! Schau, ne. Je-EM-Er-Hein-Ein-Ein-Er-Hein-Er-Hein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein-Ein! Das ist schuld. Stand! Stand! Das ist nicht schlecht, mach sie jetzt. Danke. Also nicht der Frosch. LOL, sie ist doch reingelaufen, die Sau. Ja, der Frosch ist auch nicht schlecht. Sie bleibt spät wieder. Seindliches Geschütz zerstört. Meinerzeit sind wir die Fracht längst abgeliefert. Ach komm. Hmhm. 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 Ich bin ne fitte Shooter, ich weiß aber trotzdem. Es ist langsam zum Kotzen, wenn ich eindeutig um die Ecke war. Sie Stunde hat geschlagen. Achtung! Seindgeschütz gesichtet. Oberlinks. Ja. Ja. Dump die Frosch. Ja. Schön gemacht. Schön gemacht. Ja. Ja. Ganz klar. Oh. Ich hätte ein Venturi oben links. Moment. Taktisches Visier aktiviert. Shit. Wow. Versuch dabei in Bewegung zu bleiben, das ist ja eh ein Aim-Bot. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung, Mann. Für mich kommt es irgendwie, als ob die unendlich wäre. Nerf. Schöner Schuss. Es geht auf Mars, Achtung. Es wäre beste Waffe. Achtung. Eine Stunde. Was ist das? Ich habe es nicht zufrieden. Der Team geht ihm noch. Ist auch mit Kree. Kannst du uns die Fracht schnell über die Ziellinie befördern? Leute? Anyone? Turret down. Fack, 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 fack. Fack, fack, fack. Fack, 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 fack. Fack, fack, fack. Leak platziert. E2. E2. Ja, Mann. Aber noch eins noch. Hör mal ein Leak. Farah. Farah, ich hasse dich. Fentry Wo ist der Zwerg? Ah sie turret Achtung geschmutzter Kerl Wie ist das? Viel Spaß Oh Enemy Turret down Weg Barrow down Äh nochmal her Barrow down Weg Das Mercy hat mich genommen Oh Mensch auch nicht schlecht Fuck Also Wüffel Pizzle Hau Hau Oh verdammt Weg hier Weg promise Wui Oh Kh Pizle Weg 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 Wir sterben! Fein, ganz schön gesehen! Fahrer auf dem Dach! Ups, das ist nicht gut ande Gegnerisches Geschütz! Ach, für eine Stunde! Ja! Das bringt so gar nix, echt, habe ich das Gefühl! Schütze down! Boah, gut gemacht, gut gemacht! Uti ready! Pffp, achtung, Hand zu hoch! Schön Oh, nein! Natürlich! Schön der Ernie McMurr! Bar 프라 restoration Forват flow! Es fühlt sich gut an! Du Wiebstahl reinfahren! Ganz schön! Meine Güte, echt, ey! Nein, nun! Ey, mein Christoph, du holst dich doch die ganze Fahrt! Oh! Dann wird's aber versuchen, dich wohl auch zu essen! Wow! Ja, ähm... Center! Ja! Ich bin keine gute Verliererin! Ich bin doch mal Ali! Nein! Jetzt wird's Frostig! Die Frachtlicht zum Rauch! Unsere Strategie ist geschützt! Entry down! Entry down! Welche Energien verfolgt bei mir um! Oh, Mann! Oh, Mann! Kein auszusteigen! Mir stirbt keiner weg! Oh, Mann! Ich kann's nicht mehr sehen! Noch 60 Sekunden! Dieser meldet sich zurück! Und jetzt muss ich noch! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Naja, zu abgeschossen und boah, ich bin drüber. Naja, klar, natürlich, aber selbst die Maschine ist dann das Teil, okay. Keine. Oh ja. Nein! 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 Nun denn, so sei es! Highlight des Spiels. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Das war lässig. Nein! Der Cowboy bekommt das Prinzip keine. Ja wirklich, nein. Oh, ein Hure mit Kree, Mann. Uh, 2 Gold. Ja, ich habe. Oh, Lötbox. Drei Geld. Und keine Kinder. Geil. Ich habe drei Kinder und kein Geld. Kann ich da nicht keine Kinder haben und drei Geld. Oh, Mann. Oh, jetzt sind wir im Verteidiger. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Ich habe dich im Verteidiger. Ich habe dich im Verteidiger. War schön, dass du gespielt hast. Danke. Genau. Verpiss dich. Heute sind wir alles noch da. Hallo. Oh, is das ein Flugzeug Hangar? Jetzt sehe ich das erst mal. Jetzt sehe ich das erst mal. Ich habe ein Kumpelgebouw und ein Hangar. Beuswult. Genau. Angreifer in 30 Sekunden, erwartet uns das. Das wird es sein. Wunderbar. Ich mach einfach das Schild, das gehen wir nicht nach Wund. Sie können ja durchlaufen. Oh Mann. Dann mach ich auch den Theoplat. Komm da rein. Dann mach ich auch den Theoplat. Natürlich, immer auf den Schweizer. Jetzt haut alle ab oder wie? Natürlich auch mal. Das haben wir nicht bleiben oder was? Wir wollen es hören. Nein, Weeple. Oh ja, das Marsch. Andi. Boah, gut gemacht. Phoenix, du hast gelernt. Oben ist ein Hanzo. Mercy von links. Fuck. Ich hab dich nicht gesehen. Wo wart ihr denn alle? Nein, nein. Wo warst du? Weil sie bauten die Leiter zum Himmel. One shot Hanzo. Natürlich, one shot Hanzo. Du musst nur zu ihm hinlaufen und dann drück einfach mal kurz die Maustaste. Hast du schon mal gemerkt, wie einfach du spammen kannst mit dem? Ja klar, aber dann machst du das nicht schade. Einfach zack, 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 zack. Machst du weniger Schade. Ja, aber das ist wirklich so irrelevant. Mach's schon. Mach's schon. Hast du Hanzo schon noch genug gespielt? Ja, Fanboy-Hanzo. Ich weiß, du lieb's sehen. Ja, ich bin nur auf dem Tisch bereit. Ich kann euch heilen. Hey Jungs, wir müssen schon rein, denn ich. Wo sehen ihr Rally? Oben. Auf dem Boden, Weeplein. Wir müssen, wir müssen jetzt rein da. Ich habe dich im Missile. Hälf. Nein, 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 nein. Mach's viel. Geh doch auf die Barriere drauf. Da, da heilen wir uns. Und so. Drache. Oh. Kommt so, keiner. Ich kann dich an, ich kann dich an. Ich kann dich an, ich kann dich an. Ja. Ich bin tot. Wow, ist sehr schön. Ich glaube noch. Ich bin tot. Der kann mich zu sehr spammen in der Hand, so. Es kotzt mich an ihm an. Ich bin mega viel an. Okay, jetzt. Mir stirbt keiner weg. Ich kann keine Wunder mehr. Hans! Also ich... ich verstehe. Das gar nicht so. Was egal. Muss ich nur nur für stumpf. Mercer hat dann immer die Möglichkeit. Wir haben uns angesehen und dann hieß es... Hilfe! Okay! Natürlich! Squid Reaper? Oh man! Die Krise, man! Dieser McCree! Keiner mag ihn! Make a cry! Ist er gerade nicht tot? Ja klar! Er hat mich aus, was weiß ich, 20 Meter Entfernung mit so'n Multischuss abgeschossen, man. Das Ding ist viel zu genau immer noch. Steh, man! Den Kopf durch die Infant! Ach! Ja genau. Mir stirbt keiner weg, das hab ich jetzt irgendwie überhört. Hebe! Mann, mit der UL, die kommen zu mir jetzt nicht. Ich hab mich in die UL, die kommen zu mir jetzt nicht. Ich hab mich in die UL, die kommen zu mir jetzt nicht. Den UL checken? Mann ey, frag doch! Eyo, ich glaub, sie sind an ihr, das sind hey. Ich geh in die UL rein. Okay. Ich bin das. Ich bin das. Zieh in euch, Handzug! Ach wo? Äh, genau den. Ich geb nicht auf, ob der Job erledigt ist. Was ist das? Ich könnte irgendein Baum klattern. Aber der Freiser oben ist. Vorsicht! Schöne, wir können sie einfach nicht auf. Achtung, ach! Äh, Schwein meine ich. Nein, Mann! Weg da! Ja, toll. So, mit weg, dann muss ich weg von dir. Ganz dunkel voll mit ihm. Halt mich um, Safia, weil die Schläge mal wieder auf. Wer hat wohl den Cadenceiro getötet? Das ist ja McCree, mein Gott. Der hat mich gestunnt. Gott, das ist ja wohl, er hat die Ulti gemacht. Ich krieg die Schläge. Der hat mich in der Ulti gestunnt. Ach, dann kann ich in der Ulti auch stunnen. Ja klar, du bist auch gehetet. Legitim, ja. Fürs Team. Also haben wir auch mehr. Das ist ein Geschwein, toll. Wow, schöner Schuss, Mann. Okay, wegen mir allein muss das Ulti aber nicht verschwenden. Was? Da bin ich. Hab ich. Heyo, heyo. Heyo, heyo. Mann, ey, diese blöden Spammer. Du musst schnell ab und zu der andere? Echt, ey. Ja, komm mal grad mit. Was? Wer hat mich rettet? Fuck. Hanzo. Noch ist die Mission nicht vorbei. Mir stirbt keiner weg. Oh mein Gott. Unsinn. Fuck. Nein. Seidest du von der Zimedkauer? Nein. Du wohnst mit der Reto, mit dem Pfund. Oh, das ist... Achtung, ich bin wieder dumm. Du bist weg. Ja, mach gut. Ich hab mich irgendwie gesehen. Hilfe! Hilfe! Ich weiss. Ja. Er hat sich dazu gerichtet. So. Okay. Warte, Mann. Achtung! Automatisch steh ab. Ich bin ein wenigstens. Lapper, das krass. Magst du? Ja, und jetzt kühlkrieg. Ich bin automatisch auf dich gesammelt. Ja. Fuck. Hau mal noch hin. Ich schmierliche Fledges. Ich mach's nicht. Nein, das ist wie Overwatch. Achtung, Waffe. Nein! Nein! Ich muss lernen, gerade wegzufügen, bis es in den Pfar kommt. Wie ein Huhn. Komm! Nein, ich bin wieder am Puschen. Ich brauche Heilung. Handy, Handy, Handy! Schlapp! Schlapp! Die karte, die karte, die karte, die karte! Schlapp! Die Karte, die karte! Ich werde mit dem Tracer auch Ja. Ich habe das geschafft. Ah. Fack! Herr um die Tür. Eine Stunde, habe ich geschlagen. Ja, komm! Also ok. Ganz klar. Leid an der Karte am eh. Reinhardt, mach was. Reinherr, mach was. Einherr, ne? Ne? Nur ich bin mehr! Du meinst schlussend die durch die Patsche stecken? Zum Beispiel! Hi dude! Hand zu oben links! Mach man! Gut gemacht, gut gemacht! Gut gemacht man! Je länger wir halten, desto besser muss ich gar nicht. Hier machen wir einen noch so rum. Kannst du schlussend noch bitte? Okay. Ich schlussend habe eine kleine Labe. Ich muss doch nicht heilen. Das ist wichtig jetzt, die Gott. Achtung! Dass ich nicht töten muss. Druck! Boah, sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Nice, nice, nice. Komm, die Gott wieder. Achtung! Bracer links! Ja! Hand! Drachen, Drachen, Drachen! Steine! Sehen wir, sie kriegt! Nein, das kriegt sie so jetzt! Schocken! 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 Nein, 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 nein! Was macht ihr? Aber was geht? Kug man! Pushback, pushback! Nice! Kiki! Ja man! Boah! Das war's aber geil. Tracer läuft mir noch voll in die Fresse. Ist mir scheißegal, man. Echt. Oh, ich bin da! Schieß jetzt los! Die Stunde hat geschlagen. Okay. Nice. Ich bin mit Kree und dann alles. Hier standen alles eher. Oh man. Episch. Epic. Danke, danke, danke. Set. Level up. Lootbox. Das haben wir super verteidigt jetzt noch am Ende. Das hab ich glaube gar nicht. War wirklich so einen halben Millimeter von dem Ende. Man. Heo has left the group. Naja, das war ein gutes Ende für ihn. 1 und 2. Stunde schlecken. Ja, komm. Alles noch. Okay, komm. Weit an der Kraft. Ah, ah. Meine Hand macht Gott. Nein. Ja. Ja, ja. Du meinst, dass du dich in den Pache steckst. So wie ich bin. Ja. Schöpricht in den Süd. Ja. Ja. Hi, du. Panzer auf der Links. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Je länger wir halten, ist besser. Er hat immer noch ein paar Tricks auf dem Lager. Klopf, klopf. Jetzt wird's massiv. Kralengero, stirbt keiner weg. Was ist tot? Ich auch. Was ist das Machen? Weiß. Highlight des Spiels. Ja, guck dir den an. What the fuck, was das, Alter? Kannst du mir das erklären, Alter? Wie ist das möglich, Alter? What the fuck? Was denn schon? What the fuck? Alter, ich krieg fucking... Alter, hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen sogar auf Video. Alter, das war durch ein Schild. Das musst du kurz... Musst du mal da reingucken, ja. Aber durch ein Schild... Hast du gedacht, du warst vorm Schild? Ja, hab ich auch gedacht. Nee, das sieht man so, aber ich war hinterm Fickenschild. Irgendwann hat mich das so verwundert, dass ich da gestorben bin. Ich müsste das mal genau an. Ich müsste das gar keinen Sinn machen. Ja, ja, eben. Guck dir das mal ganz genau an. Kannst du dir das dann posieren und alles, wenn du was auf... mir schuldig, ich will schild. Irgendwann hat mich raus. der noch mal ein Schild.